Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Video-Update hier von meinem Faller Jupiter-Riesenrad. Ihr seht es schon, ich bin immer noch an der Rückwand am Werkeln und zwar habe ich die ganze Rückwand jetzt mal verkabelt. Da soll ja die Lauflichtsteuerung dann dran kommen und ich habe es im letzten Video schon erwähnt, die ist leider immer noch nicht angekommen bei mir. Deswegen denke ich, im nächsten Video werdet ihr da mehr sehen über die Beleuchtung. Heute seht ihr jetzt ein bisschen was, wie ich das Ganze verlötet und verkabelt habe hier, die Rückwand. Und dann seht ihr noch ein paar Einblicke vom Lackieren verschiedener Bauteile. Das habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Ansonsten habe ich gar nicht so viel gemacht. Das Wetter war ja echt klasse die Woche, deswegen war ich viel draußen unterwegs und habe gar nicht so viel hier am Jupiter gemacht. Ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem. Ich werde euch jetzt einfach mit den Eindrücken alleine lassen und heute nicht nochmal am Ende was dazu erzählen, denn so viel gibt es einfach nichts Neues, was ich jetzt erzählen könnte. Deswegen war es das jetzt von meiner Seite. Also viel Spaß jetzt beim Video. Lasst mir gerne mal eure Meinung dann wieder da am Ende und dann freue ich mich jetzt schon, wenn ihr auch im nächsten Video dann wieder reinschaut. Also bis dahin, macht's gut und bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020